Ja, willkommen zurück zur schwarzen Edition 2. Im letzten Part haben wir Route 21 und 22 abgeschlossen. Jetzt stehen wir hier vor der Sandgrotte. Geh doch mal rein. Damals Strandgrotte. Damals durften wir ja hier nicht rein, weil wir jetzt schwach angesehen worden sind. Aber nun befinden wir uns ja am Hintereingang. Ja. Wollen wir vorne nicht reinkommen? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall kommen wir ja hinten rein. Und da ist die Erstkämpferin mit einem Garaborn. Und uns fleht. Fehlt immer noch ein Pokémon. So. Level up. Püffi. Schuh. Tromkick. Sprung, Triffel, Knie. Beide. Messe verletzt sich damit. Ah. Tromkick. Ja. Tromkick. Ich kann ja später diese Struplunze geben. Einen Moment. So, ich hatte den Sound für mich selber ein bisschen laut eingestellt. Ist mir nicht so gefallen. Ja. Gar nicht. Denn, aber hier etwas, aber nicht das, was mir angezeigt wird. Na gut. Na gut. Ja. die ganze zeit ist eigentlich die ganze zeit das krieg jetzt das alte traumkrieg ist aber da habe ich mich versorgt und wir haben jetzt so kann es gehen man denkt die ganze zeit ist etwas und dann ist es doch nichts Ja, da schenke ich die an, ne? Persinbeere. Das ist aber nicht... Mhm... Und ein indiger Stück. Und was taucht hier auf? Ein Dadobor natürlich. Nicht gerade das Pokémon, das ich benötige. Und tschüss. Ja, jetzt ist natürlich die Frage... Was mache ich hier in der Höhle? Ein Erdschuppe, ne? Zumindest schon mal mit. Mal wieder. In letzter Zeit ist ein Part oder so ähnlich. Hm... Hier, nein... Auch ein Eis-Pokon, was kein... Wasser-Pokon ist. Mhm... Interessant. Durchaus interessant. Dauerich, wo ich bin. Ich... Ich... Ich befürchte, jedes Mal, wenn ich aufnehme, dass, äh... plötzlich jemand... immer ins Zimmer reinkommen möchte. Und das hat's ich. Den Poo Wie ist du Wer wird Buschdecker sein Ich springe auf den Fasmo hoch Sprungkrieg wurde abgewehrt Ja, Sprungfehler zu erhöhen ist glaube ich unsinnig Aber Torm Kick kann ich jetzt eigentlich erhöhen Das wird meine finale Attacke So Meine finale Kampfattacke So So Jetzt muss ich kurz überlegen Den so So Jetzt kurz überlegen Hast du alles viel angegossen hier Mit seinem Bonbon Könnt ihr irgendwann wieder aufschreiben Wenn sowas rumliegt Und außenrum Sack Und außenrum Sack Ich möchte ja mal, dass sie Steinhaare einsetzen Deswegen tauscht sie auch nicht aus So gerne So Da 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 Wunderbar! Das ist natürlich kein... ...Zertremarin... ...Pokémon? Achso, ich hab den Akromat bei dem Sitz, ja... ...Tartsteiger! ...Wetcherhund, das ... ...Ehm, ja, gut. dann warst du halt ich glaube ich habe es für damals gefangen als ich das selber gespielt haben aber der akkoma des kaputtgegeben hier geht die route 21 weiter das ist ein schiff da hast du also gefunden ich wusste dachte schaffst das aber er kommt wieder da jetzt rein hattet wenn der schwerbe das ist das hatte passen und ich dachte du hast keine ambitionen gegen team plassen meine freunde ich habe kein problem mit team plassen es kann schon sein dass die wirklich aber er wird es auszwecken und dabei also sagen sie sind böse ich sie nicht schwarz schnell verteufeln und mir sei es eine meinung zu haben das ist einfach nicht mein stil doch wenn ihr hilfe braucht dann will ich euch auch helfen so ist auf jeden fall klar danke hört mal her ihr müsst an euch also etwas glauben die gestalten pokémon zu suchen ist auf jeden fall er wird eine regierung vor der eisheitsbehörden ist ebenso nobel ihr grund ist im prinzip recht was zählt ist das warum ich stehe hier an das glaubt dass wir stärker werdet ihr hier noch wir gucken ich habe ein bisschen laut also ein paar leute aufgetaut also dann immer schön vorsichtig sein was sei das so ein drücker berger na vielleicht war er auch nur auf seine eigene art und freundlich also ist nichts sie rein machen sonderpart im nächsten part am nächsten tag